Hallo, ich heiße Tim und ich komme aus Nordrheinland. Hallo, ich heiße Sari, ich komme aus Nordrheinland. Hallo, was denkst du über das PASCH-Programm? Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen, dass vor allem auch das Goethe-Institut dieses ermöglicht, dass sie in den Austausch kommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ein ganz wichtiger ist, das Kennenlernen von Kulturen ein ganz wichtiger ist und das viel mit dem Verständnis von den Menschen untereinander zu tun hat und auch viel euch bringen wird. Insofern finde ich es ein fantastisches Programm. Ich selber habe leider an sowas nie teilgenommen, was ich im Nachhinein sehr bedauere. Ich war damals nicht in der Situation, das hat sich für mich nicht gestellt. Insofern finde ich es umso besser, dass wir das heute machen.